hallo und herzlich willkommen zur heutigen tagesnergebotschaft schön dass du wieder mit dabei bist ich wünsche dir einen guten start in den tag oder falls du das video abends schaust hoffe ich du hattest einen schönen tag wir schauen jetzt mal rein was ich dir heute am donnerstag mitgeben kann und ich hoffe ihr seid alle gut durch den gestrigen tag gekommen es war ja doch ein bisschen anstrengend für den einen oder anderen was ich so privat mitbekommen habe hier gab es einiges an verstrickungen und viel blockaden und heute darf sich das ganze vielleicht wieder ein bisschen lösen die tagesenergiezahl ist heute die 4 4 4 und sie sagt dass blockaden und hindernisse bereits aufgelöst werden dass neue rahmenbedingungen geschaffen werden und vielleicht hast du ja gestern auch eine chance beim schopf gepackt genau eine chance beim schopf gepackt und jetzt verändert sich langsam etwas langsam aber sicher geht es hier in eine neue phase für den einen oder anderen und wir schauen mal rein was ich dir heute mitteilen darf so eine hat sich hier schon geflippt die mäßigkeit seht ihr gestern lag sie auf dem kopf heute ist sie richtig rum und die startkarte großer karner karte und hier so versucht man das richtige maß zu finden mit all den leidenschaften die man so hat gestern hieß es man sollte seiner leidenschaft folgen der ein oder andere hat vielleicht das wörtlich genommen und alles wieder aufgehoben was so hoch kam aus der vergangenheit und jetzt ist es einfach zu viel jetzt hat man hier dieses brett vorm kopf man müht sich redlich ab um alles gleichzeitig zu machen die karte ist heute irgendwie sie bringt mich total zum kichern irgendwie ich weiß gar nicht warum es total albern aber ich glaube man kann sich vor lauter übermut hier vielleicht gerade gar nicht entscheiden was man zuerst machen soll hinten an fühlt sich alles so gut an mit dem ast der kirche ja fühlt sich alles so verdammt gut an ach ja dann der stern oh man was ist denn hier heute los ich sag ja es kann ganz ganz anders sein als gestern aber da sind noch die fünf stäbe zerreißprobe vielleicht auch weil man diese ganzen leidenschaften nicht alle gleichzeitig haben kann und dann angst hat dass einem jemand anders die ganzen guten sachen vor der nase weg schnappt und ich hoffe es geht tatsächlich nur um tätigkeiten und dinge und nicht um menschen ja wenn man wenn hier jemand zehn freundinnen gleichzeitig hat und angst hat dass er fünf teilen muss dann läuft da sowieso schon irgendwas schief aber hier an dieser stelle würde ich sagen die energien sind ganz gut und dieses gefühls chaos am ende ist eventuell auch verständlich den ritter der münzen auch den hatten wir gerade erst vor ein paar tagen allerdings in der mitte der legung jetzt haben wir ihn als schatten aspekt schwierig schwierig also beginnen wir aber am anfang es kann heute sein dass du das gefühl hast dass die handbremse gelöst ist dass der staudamm gebrochen ist dass es hier wirklich eine aussprache gab vielleicht hast du endlich diesen einen menschen aus der vergangenheit hinter dir gelassen oder der ist wieder zurückgekommen je nachdem was halt so dein ziel war und es gibt hier die chance etwas ganz ganz neues frisches in diesem ast der kelche zu fühlen die gefühle quellen wieder über man hat das gefühl man kann sich wieder auf seinen nordstern konzentrieren auf sein ziel auf das was einem stabilität bringt man könnte hier sagen man folgt auch wieder seinem herzen aber das kleine aber eventuell versucht man zu viel gleichzeitig unter einen hut zu bringen die mäßigkeit hier erinnert dich daran dass es ein maß geben muss du versuchst dir deinen scheiß zusammenzuhalten alles gleichzeitig zu schaffen trägst da deine leidenschaft in die welt hinaus ist auch schön ja die reicht vielleicht dann jemand auch zwischendurch bei einer durststrecke ein kelch sodass du dich wieder satt trinken kannst und gleichzeitig kann es sein dass das aber alles zu viel ist das ist zu viel das guten gleichzeitig ist nachdem es so vorher so anstrengend war also es ist so der kontrast ist zu hoch möchte ich sagen man kommt von einem stockdunklen raum in einen normal beleuchteten und was passiert es sieht super überbelichtet aus oder andersherum du kommst im sommer aus der sonne heraus gehst durch die terrassentür in dein wohnzimmer und dort ist es stockdunkel du musst erstmal deine augen abwarten lassen bis sie sich an diese neuen lichtverhältnisse gewöhnen und so fühlt sich das ganze hier auch an was wir hier aber deutlich auch sehen ist dass es heute viel um gefühle geht wir haben hier mit der mäßigkeit sie steht im wasser sie mischt dieses wasser diese gefühle versucht auch etwas aufzubauen im hintergrund zeichnet sich da auch schon der neue beginn ab und du versuchst das dann so vor dich hin zu schleppen dieses gefühl mitzutragen mit diesem neuen gefühl man sagt es gibt eine neue denkweise gibt es auch eine neue fühlweise kann man das so sagen gibt es dafür ein anderes wort falls du es weißt lass es mir gerne im kommentar da und es ist sehr wichtig dass man hier sieht dass gar nicht so viel auch in unserer hand liegt die mäßigkeitskarte könnte sogar dafür sorgen dass du hier die hälfte deiner sachen auf dem weg verlierst fünf ist die hälfte von zehn und das kann durchaus sein dass du manche dinge einfach rechts und links liegen lassen musst um dein eigenes tempo zu finden also ein wanderstab ist hilfreich beim wandern vier wanderstäbe sind nicht mehr hilfreich beim wandern sondern blockieren dich und so ist es vielleicht auch bei gewissen projekten oder bei menschen ein partner würde dich glücklich machen zwei partner könntest du vielleicht sogar handhaben aber zehn partner sind halt definitiv zu viel wenn du nicht psychopathisch veranlagt bist und in dem sinne schau genau hin was ist hilfreich um dich deinem ziel zu nähern um dich gut zu fühlen um hier auch ein richtiges maß zwischen geben und nehmen zu finden und vor allen dingen diese ganzen gefühle heute auch wahr zu nehmen hier haben wir das wasser da und da es ist sehr es ist sehr nah am wasser gebaut könnte man sagen es könnte freudentränen sein es könnte aber frustrationstränen sein und du solltest dich eventuell mit dem gedanken abfinden dass du heute nicht alles unter einen hut bekommst und auch nicht die dinge schon in trockene tücher bringen kannst du sollst dich in die richtige richtung bewegen du sollst auch deiner eigenen energie folgen aber erwarte jetzt nicht dass das dann auch sofort früchte trägt es hat mehr etwas von einem langfristigen plan und die großen arcana karten stehen sowieso mehr für die langsamen räder im hintergrund deines lebens dinge auf die du eigentlich gar keinen einfluss hast sondern die vielleicht auch kosmisch orchestriert sind finde dich heute ein bisschen mit dem gedanken ab dass nicht alles so schnell ist wie du es gerne hättest oder nicht so umfangreich vielleicht auch was auch immer das für dich dann bedeuten mag wie du es dir vielleicht gedacht hast schauen wir mal weiter in das erzengel orakel für den heutigen tag da haben wir wieder die karte atme die hatten wir auch irgendwann anfang der woche schon mal atme mehrmals langsam tief ein und aus um deine energie zu wecken und alte muster loszulassen also wenn du wenn du dich auch beim ausführen deiner hobbys gestresst fühlst dann ist das vielleicht einfach schon zu viel man sieht es ab und zu mal bei kindern die dann am montag zum reitunterricht gehen am dienstag zur nachhilfe mittwochs zum judo donnerstags irgendeinen aufbaukurs haben am freitag müssen sie dann noch zum ballett und am wochenende gibt es auch durchgetaktete aktivitäten die sind mit neun oder zehn jahren manchmal schon dem burn out sehr nahe weil sie einfach alles unter den hut kriegen sollen und gleichzeitig versuchen aber ihre eigenen emotionen auszuleben ihre persönlichkeit zu finden und manche von uns sind als erwachsene ebenfalls immer noch auf dem trip dass sie alles gleichzeitig wollen und alles gleich gut es kann sein dass du super gut bist im violinespielen und es kann sein dass du super schlecht darin bist ähm zu staubsaugen oder fenster zu putzen ja das eine macht dich nicht schlechter und besser als andere menschen sondern es ist einfach jeder von uns hat so gewisse dinge die er gerne macht und die er gut kann dann gibt es dinge die macht man gerne kann sie aber nicht gut dann gibt es dinge die macht man nicht gerne und kann sie gut oder man macht sie nicht gerne und kann sie auch nicht gut so und alles zusammengenommen ist manchmal eine große bürde und auch herauszufinden warum das denn so ist warum hasse ich es denn so sehr fenster zu putzen warum liebe ich es so sehr das und das das ist ein erkenntnisprozess und dafür braucht man zeit und ruhe und den richtigen platz und nicht alles ist im außen immer sofort sichtbar diese veränderungen die im inneren stattfinden die sind oftmals viel wichtiger das ist genau das was man immer wieder auch hoch halten sollte dass man im inneren prozesse durchlebt die einfach kein anderer sehen kann also wenn du zum beispiel auch durch traumatische ereignisse gegangen bist ja wenn du vielleicht sogar eine posttraumatische belastungsstörung hast oder in irgendeiner anderen art und weise ziemlich viele beulen in deiner rüstung hast dann kann es sein dass manchmal diese kleinen mini erfolge innen drin viel wichtiger sind als alles das was im außen zu sehen ist ja oder wenn man durch depressive phasen gegangen ist wenn du nicht mal aus dem bett kamst wenn du es nicht geschafft hast dich zu waschen oder die zähne zu putzen oder deine briefe zu öffnen oder irgendwie so etwas dann kann es sein dass diese innere einstellung die dich dazu gebracht hat alles aus dem ruder laufen zu lassen dich jetzt verlässt ja weil du siehst okay das ist keine bürde ich kann auch was an andere menschen dirigieren ich glaube ja abgeben outsourcen abtreten es geht darum wieder ein richtiges maß zu finden den einen oder anderen könnte es auch mit einer suchterkrankung zu tun haben hier der eine drink noch noch ein drink noch eine mische noch einmal über die schwelle treten noch einmal der star auf der party sein das ist natürlich ein sehr kleiner aspekt und wenn du dich nicht angesprochen fühlst ist das auch völlig in ordnung aber es kann durchaus sein dass hier der eine oder andere seine glanz stunden immer dann hat wenn er wenn er betrunken ist oder mittelpunkt steht klingt jetzt ein bisschen fies falls du dich angesprochen fühlst tut es mir leid aber dann kann es vielleicht sein dass du da mal ein Auge drauf werfen solltest ob du vielleicht dazu neigst deine probleme zu ertränken und wie wir alle wissen probleme sind extrem gute schwimmer so drei karten aus dem orakel der seelenforscher orakel so einer zwei und drei also erste karte es gibt eine lösung für dein problem falls du da ein brett vorm kopf hast gibt es eine lösung für dein problem denn andere menschen unterstützen dich dabei aber du musst dich selbst dazu entscheiden gegen deinen freien willen kann hier niemand etwas machen und auch wenn du dich nicht so fühlst als hündest du hier entscheidungen treffen tief in dir drin weißt du dass es an der zeit ist diese zehn stäbe aufzuteilen vielleicht auch ein bisschen verantwortung abzugeben an der anderen stelle ein bisschen mehr verantwortung zu übernehmen hier geht es darum wirklich eine strategie zu entwickeln wie gewisse dinge besser laufen könnten und das beginnt ja manchmal auch mit der entscheidung dazu wirklich etwas verändern zu wollen und sich zu fragen warum will ich diese veränderung eigentlich warum mache ich das jetzt eigentlich gerade was ist denn da mein ausgangspunkt wo möchte ich mit dem stern auch hin und auch einfach ehrlich zu sein mit sich selber ganz ganz ehrlich zu sein warum man etwas in angriff nimmt oder halt auch nicht so letzte karte orakel der göttinnen für den heutigen tag was haben wir da die empfindsamkeit die weiße tara du wirst zunehmend empfindsamer meide raue beziehungen umgebungen situationen und chemikalien in dem sinne augen auf auch bei der unterstützerwahl ja nicht jeder der hier wie ein retter um die ecke kommt ist es auch manche menschen lieben es auch so zu tun als wären sie hilfreich und nützlich bloß um dich gefügig zu machen um dich vielleicht auch von ihnen abhängig zu machen und ich habe es gestern am ende der legung schon mal gesagt kartenlegungen auch wenn du den ganzen tag binge watch wenn du jetzt von morgens bis abends die orakel legungen anguckst dann wirst du viele verschiedene meinungen hören du wirst auch dich in vielen verschiedenen themen bereichen wiederfinden aber es kann auch zu einer sucht werden und es kann auch zu einer ersatzleistung werden für eine gemeinschaft wir kartenleger machen das alle um menschen zu unterstützen gehe ich jetzt mal von aus ich spreche jetzt mal für alle die meisten tun es um andere leute zu unterstützen und du kannst ja hier auch kostenlos zugucken ich verdiene ein paar cent zwei drei cent an deinem klick so habe ich schon nutzen davon aber ich habe keinen nutzen davon dich von mir abhängig zu machen ich habe keinen nutzen davon in meinem verständnis dass du jede woche bei mir eine kartenlegung buchst und ich dir jede woche sag was du machen sollst weil dann gibt man seine verantwortung halt an der an die kartenlegerin ab wenn man eine persönliche situation hat in die man reinschauen möchte kann man das mal machen genauso wie man mal ganz fixiert darauf sein kann was ein horoskop heute gesagt hat aber du solltest halt nicht deinen tag danach gestalten was die anderen sagen egal wer es jetzt ist die mutter der chef oder die kartenleger hier an dieser stelle geht es darum dass du herausfindest was wirklich für dich passend und sinnvoll ist wie du dir einen guten platz im leben aufbaust wo es nicht immer dieses gerangel um jedes stäbchen gibt sondern wo man sich auch gegenseitig das gönnt was man hat sich emotional begleitet und diese entscheidung vielleicht einfach hin zu einem besseren leben weg von alten blockaden weg von alten hindernissen führt dazu dass du einfach mehr in kontakt mit dir selbst kommst und vielleicht auch siehst dass diese empfindsamkeit zu deinem schutzmechanismus gehört wo du vielleicht durch deine traumata oder durch deine verletzungen halt auch hängen geblieben bist und das meine ich überhaupt nicht böse sondern ich spreche hier einfach aus erfahrung manche dinge manche verletzungen manche demütigungen lassen sich nicht einfach so abschütteln da braucht man Zeit da braucht man vielleicht auch Hilfe und dann ist es ganz gut wenn man da dann irgendwann so seinen eigenen Drive findet viele Leute sind auch abhängig von ihren Therapeuten ohne den sie dann ihr Leben gar nicht mehr geschissen kriegen das ist halt alles zwieschneidig man kann sich helfen lassen muss es aber auch nicht man muss wie gesagt immer das richtige Maß finden zwischen eigenständig sein eigene Entscheidungen treffen eigene Erfolge feiern aber auch eigene Niederlagen einstecken Fehler machen weil das Leben passiert und gleichzeitig werden auch neue Stolpersteine auftauchen und dann ist es halt muss man gucken wie stabil man wirklich selber ist so wir machen jetzt mal Schluss an der Stelle ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag gehabt euch wohl ich freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare wer mag darf was spenden oder eine persönliche Kartenlegung buchen und wenn du magst sehen wir uns dann morgen wieder pass gut auf dich auf Ciao 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 ciao